Hey Friends, ich zeige euch heute unsere neue Wohnung in Valencia. At first of all mussten wir natürlich erstmal von Ibiza dahin kommen. Und da haben wir die GNV-Fähre genommen für nur 15 Euro Leute. War richtig geschockt, wie günstig das ist. Denn die Fahrt hat schon 5 Stunden gedauert. Und das ist unsere neue Wohnung in Valencia. Hier haben wir das erste Schlafzimmer, der Flur und das zweite Schlafzimmer von Lamo. Badezimmer sogar mal mit Wanne. Und die größte Küche, die wir bis jetzt hatten. Und das letzte ist der schönste Raum von der Wohnung, das Wohnzimmer.